Modul 2 Ausklang Hubertus Grille braucht eine Brille Hubertus Grille braucht eine Brille Marina Hartner sucht einen Partner Benjamin Rissell hat keinen Schlüssel Janina Rift hat keinen Stift Wir suchen hier, wir suchen da Wir finden alles, das ist ja klar Wir lernen sehr schnell, es ist ja nicht schwer Wir brauchen keine Hilfe, nein, nein, nein Danke sehr Alina Hampe braucht eine Lampe Liane Rühle hat keine Stühle Johannes Frisch hat keinen Tisch Elena Blücher Elena Blücher Danke sehr Hans-Peter Reife hat keine Seife Mario Klinge hat keine Ringe Florian Masche braucht eine Tasche Larissa nur Larissa nur Larissa nur Nein, 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 nein Danke sehr Wir suchen hier, wir suchen da Wir finden alles, das ist ja klar Wir lernen sehr schnell, es ist ja nicht schwer Wir brauchen keine Hilfe, nein, 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 nein Danke sehr Modul 2